Jibri So, herzlich willkommen in Bern. Du hast jetzt den Vertrag über vier Jahre unterschrieben. Wie fühlst du dich? Ja, ich finde es sehr gut. Es hat etwas gebraucht, aber jetzt bin ich sehr froh, dass es eigentlich klappt. Du wechselst von Borussia Mönch von Gladbach nach Bern. Was hat dir Ausschlag gegeben, dass du dich für IB entschieden hast? Ja, ich hatte auch die Möglichkeit, in Deutschland zu bleiben, aber jetzt finde ich den nächsten Schritt in meiner Karriere. Ich finde das eine super Adresse mit IB. Ich könnte international spielen, auch in der Schweiz, einer für mich von den besten Clubs. Und es ist auch recht schnell gegangen, dass ich mich entschieden habe. Wir wissen von dir, du bekommst im zentralen Mittelfeld vor allem zum Einsatz. Der klassische Box-to-Box-Player, wie man heute sagen würde. Wie beschreibst du dich selber und wo siehst deine Stärken? Ich sehe meine Stärken in der Dynamik mit dem Ball auch und auch in der Spielübersicht. Ich versuche immer, offensiv Akzent zu setzen und mit der Dynamik hauptsächlich. Jetzt wechselst du auf Bern. Wie sieht es aus mit allfälligem Kontakt zu der aktuellen Mannschaft? Gibt es schon Spieler, die du kennst, vielleicht auch aus der Junioren-Nationalmannschaft? Ja, sicher Michel Avis erkenne ich mich von der 2021-Nationalmannschaft. Aber auch zwei, drei andere Spiele mit Bertoni habe ich auch schon gesehen. Da habe ich bekannte Gesichter gesehen. Du hast zusätzlich zu der Nachwuchsmannschaft hier Anfang Juni eine Gelegenheit gehabt, zum ersten Mal für die A-Nationalmannschaften Trainings zu absolvieren. Mit dem Vladimir Petkovic. Erzähl mal von diesem Erlebnis, wie war es das? Es war ein sehr grosses Erlebnis für mich. Es kam ein bisschen überraschend, aber ich habe mich sehr gefreut. Es war wirklich ein bisschen, ein bisschen reinzuschnuppern. Und sie haben uns Jungs später auch wirklich super aufgenommen. Und es war wirklich ein super Erlebnis. Jetzt geht es als nächstes hier bei IBE mit dem Trainingslager. Ich nehme an, für dich, als du als neuer Spieler dazukommst, eine super Gelegenheit für alle, richtig zu lernen, oder? Ja, im Trainingslager würde ich sagen, sich auch noch am meisten annähern. Und ich freue mich schon auf das Trainingslager. Also, dann wünschst du mir ein gutes Einleben und sage nochmals herzliche Gratulation. Dankeschön. Christoph Spiecher, der Gbilso hat jetzt gerade unterschrieben, vier Jahre fest verpflichtet bei IBE. Was hat der Ausschlag gegeben für einen Sportchef, der fand, diesen Spieler zu brauchen? Ich glaube, wir kennen ihn schon gut. Wir haben ja gespielt, als er beim FCZ war und in den Junioren-Nationalmannschaften. Jetzt konnte er sich sehr viele Erfahrungen in Deutschland sammeln. Er ist sicher als Mensch nochmals gereift. Und vom Sportler her sind wir immer überzeugt von ihm. Er hat eine riesige Qualität. Ich denke, dass er bei uns im zentralen Mittelfeld, mit seiner Art und Weise, mit seiner Dynamik, wie er spielt, sicher noch ein offensives Element reinbringen konnte. Wie lange hat der Gbilso schon auf dem Radar gehabt? Ja, schon länger. Wir haben uns damit befasst, dass der Juni wahrscheinlich verlassen wird. Wir haben dann auch nicht ganz das gleiche Profil gesucht, weil wir eher eine offensivere Ausrichtung möchten. Ich glaube, wir haben mit Sekusanago, Michel Ebischer und Leo Bertone drei Spieler, die sehr gut den Defensivpark übernehmen können. Ich denke, vor allem Michel und Leo sind Box-to-Box-Player. Und wir haben noch einen Spieler gesucht, der vielleicht etwas offensiver ist. Wobei der Gbilso natürlich auch mit seinen physischen Voraussetzungen eine gewisse Präsenz bringen kann und sicher auch Box-to-Box spielen kann.